ja und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talks Subnautica so wir haben ja schon wieder ein paar neue versionen bekommen wir haben jetzt die 35 450 zwischendurch hatten wir kleine probleme und zwar ich konnte den save game nicht laden und ich konnte diese konsole da hinten das kleine teil der blauen lampe halt nicht benutzen aber jetzt kann ich das benutzen weil darüber kriegen wir die modifikation für unsere seemotte nämlich jetzt können wir nämlich die seemotte nicht verbessern upgrades seht ihr und zwar das hier ein druck komponenten sozusagen damit wir tiefer tauchen können genauso wie eine tasche die wir auf jeden fall herstellen da hätte ich doch gleich noch zweimal herstellen können weil ich weiß es passen vier komponenten rein oder vier module und wie ich sozusagen dieses plasma barren hergestellt habe jetzt ganz einfach wir haben ein titan barren hergestellt und den titan barren mit lithium einmal versehen und zwar hier ressourcen grund ressourcen da unten titan barren und lithium zusammen und schon haben wir so ein neun barren bekommen achtung der macht nämlich gleich die zweite tasche da haben wir wenigstens zwei taschen drinnen der macht nämlich diesen druckbehälter das heißt wir können etwas tiefer tauchen so das ist nämlich schon mal sehr wichtig jetzt können wir nicht nur 200 meter tief tauchen sondern 300 meter tief so dahin und dahin und dann ja ups das ist die batterie das wollte ich nie halt du kommst dahin dahin so jetzt haben wir hier oben kleine taschen und hier drüben ist noch eine tasche bekommen dann wie gesagt ups dran vorbeilaufen noch mal im kreis dann müsste jetzt hier vorne dass das druckventil drin sein also die tiefe jetzt müssen wir 300 meter tief tauchen ich habe ja gesagt ich wollte eine art boje bauen jetzt muss ich natürlich gucken wo habe ich denn so ein blasen fisch habe ich den hier irgendwo da wir bauen mal einfach drei blasen also drei bojen was brauchen wir denn für eine boje signal boje ach so kupfer draht und titan ach der blasen fisch war für diesen schnellen aufsteiger okay also hier ist kein kupfer da eins und haben wir noch titan mit nein aber unser titan geht sich ja auch langsam zur neige so das heißt kupfer draht er wird auch hier kupfer draht genau kupfer draht also kupfer draht anmachen herstellen und jetzt haben wir eine boje schon mal da ist sie okay gut somit haben wir schon mal eine boje so noch mal ganz kurz gucken was wir noch hier haben ein bisschen glas und quarts ganz schrank noch voller quarts äh lithium silber könnten wir vielleicht mal gebrauchen für neue computer chips bestimmt das sieht gut aus titan ist klar ähm ok dut 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 auch ok ne ähm den den helm nehme ich jetzt nicht mit für die strahlung ja da kommen wir noch mal her äh wasser nö brauche ich das so nicht mitnehmen so ähm die boje habe ich mit gut sehr schön so ich hoffe ich fahre dann jetzt mal in die richtige richtung ok ich hoffe es weil es sind schon jetzt ich glaube zwei tage her wo ich jetzt zuletzt gespielt habe so rot war richtig das weiß ich noch oh 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 ja 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 langsam ah da ist es doch doch gefunden sehr schön ok mal gucken ob wir hier noch einen anderen eingang finden vielleicht ups tschuldigung ach guck mal hier steht noch was diese roten fische die sind nämlich leicht aggressiv ach so das hatten wir schon stimmt ja so ähm oh du willst mich nicht fressen dass es klar ist ja ok ähm wir sind doch hier irgendwo rein war das hier na ok ich bleib mal hier stehen hol den scanner raus oh wer ist das denn ja hier ist sonst keiner mehr da habe ich gerade strom bekommen oh der raum ist wieder zugeschweißt ok den kriegen wir also dann nicht mehr auf das heißt dann wieder erstmal fix zurück da durchs loch nochmal schnell sauerstoff tanken na gut in den raum waren wir ja schon drinnen das weiß ich ähm muss ich mal gucken noch irgendwo ja hier sieht es doch ganz nett aus ich glaube hier waren wir auch das letzte mal hab ich mich jetzt verjagt ok es kann sein dass hier fragmente also immer wieder auftauchen neu sobald ich das game neu starte da ist jetzt nix äh nö oh was ist das denn flutlicht oh cool das nehmen wir natürlich mit das flutlicht dazu brauchen wir jetzt gleich wieder sauerstoff ähm da ok ah wie gesagt es wird ein wenig äh luft kosten uns jetzt äh zeit auch kosten halt äh wir sind hier hoch hier rein genau gescannt haben wir den das flutlicht ah ja hier hinten haben wir noch eins ja das ist das mobile mobile ok das fahrzeug auch das fahrzeug ok auch mobil sehr schön so kriegen wir wieder titan rein ich komme ja schon wieder zurück ach man 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 mehr sauerstoff dinger mehr sauerstoff hätte ich gerne das wäre super so ok da nach oben ach so jetzt sind wir in der position wieder reingekommen dann weiß ich jetzt wo wir gerade angekommen sind ok ok da ist noch mal sauerstoff gewesen das nehmen wir mal mit dann gehen wir jetzt gleich noch diesen einen gang da gerade hoch diese gelbe leiter die wir gerade genau gesehen haben die nehmen wir jetzt mit die war hier ok eine sackgasse kann auch mal passieren so da waren wir da waren wir oh da kommen wir also auch nicht entlang ok da waren wir so aber da nach unten kommen wir glaube ich dann gar nicht mehr da so irgendwie hin diesen bereich da so vielleicht ich versuche ich will einiges hier unten hier in diesen raum hier vor uns rein zu kommen aber man sieht natürlich auch so wenig gerade das ist das große tor da konnten wir runter ok ok das sind also nur das mobile fahrzeug die ganze zeit gewesen na gut dann brauchen wir die boje hier doch nicht ein glück na dann haben wir sie dennoch ok ok nicht so angriffslustig mein kleiner gut wir können schon mal 300 meter tief tauchen dann fahren wir jetzt zurück nach hause sozusagen ja jetzt fahren wir zurück nach hause und werden uns sozusagen dann mal das ganz große kaputte schiff anschauen aber währenddessen kann ich euch hier noch ein bisschen zurück mitnehmen ich dachte das wäre jetzt gerade silber ganz kurz so eins ist da gold ok ja ist auch ok gold gold ist auch ok aber wie gesagt ressourcen brauchen wir eh ach so das ist ist das salz ne titan titan ach so titan ja ok ich glaube die tiere werden irgendwie ja ja schreit mich nicht an habe ich schon mal gesagt na kupfer nur na gut jo er wollte sich auch nochmal melden bei uns äh da sind wir sind ja schon zu hause so dann werde ich das ding jetzt nochmal schnell reparieren weil ich würde ja schon gerne mit einer heilen motte hinfahren aufgeladen natürlich und voller essen und voller trinken ist ja selbstverständlich äh titan erst mal titan ablegen das davon haben wir jetzt ein wenig gesammelt bekommen ein glück so titan noch darein ort wie immer kupfer wenigstens und in gold den rest können wir behalten genau essen trinken genau essen trinken so äh was haben wir wartet 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 wir können ja noch so einen kleinen fisch hier so und den blasenfisch ins wasser verwandeln da haben wir 80 voll zack hauen uns zweimal so ein gemüse in den kopf ah vielleicht noch einen dritten dann sind wir voll so wo ist unser live pot da so ich hole mir hier noch ein ersthilfepaket raus das kommt ja wenigstens jede halbe stunde unsere lampe leuchtet wartet mal einen moment ok wir sprechen jetzt weiter auf die sendung geht an alle überlebenden besatz und wir haben kommando übernommen der computer hat trockenes land etwas 55 südlich der abschuttschäller festgestellt ihre befehle sind zusammen zu bleiben und ihre sicherheit sicherzustellen und dann äh treffpunkt koordinaten mit zu viel glück ok noch mal noch eine neue äh biologisches subjekt ausgesucht mode wechsel insel ja analyse oh gott das war zu schnell das war zu schnell für mich na gut hier läuft es alles super so halt ich wollte doch den strahlenhelm mitnehmen den bleihelm ganz vergessen hahaha so ähm du warst doch hier drin nein doch 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 da 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 warst du so dann tauschen wir mal äh den helm aus so na nehmen wir mal das messer mit auf die 1 haben wir noch mehr messer äh wir schmeißen ja wir hätten noch ein messer zur not nehmen wir mit und dann schmeißen wir hier mal ja die äh die Zelle von der können wir reinschmeißen die brauchen jetzt gerade nicht dringend ich weiß nicht ob wir irgendwas an dem großen Schiff bauen können oder machen können äh zur not äh ja ja zur not haben wir noch energie ok gut 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 zur not haben wir energie äh jetzt muss ich gucken da ist die aurora ok so Achtung weg aus dem weg hier komme ich so da ist wieder rotes gebiet genau da kommen die sandteufel finde ich hier auch noch mal was zum scannen vielleicht weil gut an dem waren wir schon mal gewesen waren wir bei den hier schon dran waren wir bei den hier schon dran an 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 Amen.